Herzlich Willkommen bei Conqueror's Blade! Wir greifen heute Burg am Strom an! Ich habe erstmal meinen Schilder und werde gerade die Ramme schieben. Auf die wird nämlich gar nicht mal geschossen von da oben. Ich hoffe, dass meine vierten Schilder das halbwegs wegzeigen, dass die Ramme da ankommt. Der linke Belagerungsturm rückt vor! Na halt! Ich muss doch die Kanonen machen, Mensch! Keine Heilung! Die Kanonen! Ich bin auf dem Weg! Oh nein, ich habe gepennt! Neckig! Mann, der Bursche sind echt nicht mich! Das ist nett! Oh, hier! Free Kids! Haha, wenn man treffen würde! Ok, also da oben sind schon mal einer! Da könnte man eigentlich mal eine dicken Granate rein holen! So ist Gaudi! Ich wüsste mir so grad nicht mehr hin! Ich habe nicht viel bei der Erde! Da sind die fiesen Bogenschützen! Kommt hier einer mit oder wie? Bleib standhaft! Bleib standhaft! Bleib standhaft! Bleib standhaft! Bleib standhaft! Bleib standhaft! Attacke! Volle KW-Katze! Echt? Er hat nur Bauern? Das ist ja keine Unterstützung! Vielleicht machen wir wenigstens eine Ablenkung! Ich verpiss mich! Macht's gut, Jungs! Mir kommt viel zu spät! Geht's! Wird erledigt! Dieses Land gehört uns! So! Na ja, wir leben hier! Gehen wir halt oben lang nach B! Wir haben hier für ein bisschen Ablenkung gesorgt! Boah, du wüsste ziemlich alles, wie ich das gesehen habe! Zu mir! Da werden die das hier doch auch gleich regeln! Wir müssen doch vorbeirennen, Jungs! Vorbei! Komm schon! B, 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 B! Dieses Land gehört uns! Bleib! Halte die Stellung! Wartet! Stellung halten! Verteilt euch! Na, traut sich mehr? Hört! Stellung halten! Auf Sie mit Gebröd! Bleib! Hört sie, Sie! Hört sie, sie! Hört sie! Hört sie! Hört sie! Hört sie! Ich zieh blöd, Jungs. Da hinten die Eierwerfer sind fies. Oh shit oh shit oh shit. Die könnten länger durch, als ich dachte. Oh, daneben, da soll doch viel weiter hintergehen. Sehr gut. Die Assis haben sich bewegt. Da ist nur noch ein bisschen Conner drin. Schade, stimmt nicht. Wartet! Haltet die Stellung! Da hat er gesagt. Haltet die Stellung! Haltet die Stellung! Haltet die Stellung! Wir bleiben! Hier ist ein Bogenschützer, der hat uns noch nicht gesehen. Hier! Vernichtet sie! Und wieder mit ihnen! Schnappt ihn! So das war volle Comic-Kreuzer. Wer da mitmacht. Oh. Das gibt... Ja. Voll in die Fräse. Tja, woher bist du jetzt nicht so erfolgreich? Oh, ich glaube wir kriegen A. Das könnte was werden. So, dann komme ich auch mal mit Schill. Oh, da habe ich Bock. Oh yeah, genau, den Spawn wollte ich. Befehl' euch! Wir nach! Wir nach! Wie ihr befehlt! Befehl' euch! Schneller! Bis zum bitteren Stellung! Bleibt ganz hart! Oh, Typ! Geh weg! Warte! Schneller! Bleib Standhaft! Bleib Standhaft! Bleib Standhaft! Haltet die Stellung! So, jetzt auch mal los! Wer ist tot? Dahin! Dann kommt der andere Helleborde! Oh, daneben Berügen Sie sich bitte mal, ey, Mann Ich hätte ja an dem Punkt Ich glaube, ich brauche mal eine Räder, Alter Das weiß wohl so nix Scheiße, da habe ich schon fast alle verboren Mache ich vielleicht erst mal Heiler oder sowas Den, bisschen weiter hinten stehen Aber eigentlich, ich weiß nicht Der ist doch sofort tot Komm, ihr nehmt das hier was Salz Tja, jetzt kommen wir natürlich alle durchs Strom Das wären so bedroht Mit den Dudes hier Schießen eine Power Das ist ein Elbo-Eierwerfer oben Ich gehe mal, geh weg Snipert keiner auf mich Sehr lieb Doch, Elbo Ich sehe nicht Das ist ja okay Das kann man machen Heilen, bitte So Machen wir einen Seitenpush Das Problem ist halt Ich bin eigentlich nicht mehr so ausgerüstet mit Pushen Ich hab nicht mal so viel genug workout Beeilt euch Beeilt euch Beeilt euch Beeilt euch Beilt euch Beilt euch Beilt euch Zu mir Er ist die Bogenschütze Bleibt stand ab Stellung halb Beilt die Bewerber Er war Spaß tribute Beilt die Wir sind bisher in den Dieds Geht alles Dieses Land gehört uns Bleibt stand ab Bleibt stand ab Bleibt stand ab Bleibt stand ab Haltet die Stellung Haltet die Stellung Haltet die Stellung Bis zum bitterem Ende Haltet die Stellung Was haben wir denn hier alles so? Will ich gar nicht entscheiden. Warten wir vielleicht das mal. Gucken wir hierher. Oh fuck, das ist so du hüselst. Da muss ich wirklich ganz lieber kriegen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wir wachen über das Imperium. Das sieht irgendwie so aus, ich mach mal Abgang. Oh Gott, Hans! so wir sind ganz nah an die mauer stellen und sind die chance an hochzukommen aber der bogenschütze da snaggt halt leider weg wir wachen über das imperium wo kam das her was ist ein folter von euch? ich weiß noch nicht wo es herkommt da oben oh da geht es nicht weg oh ich hab durch was getroffen na oha das könnte man tatsächlich sagen obwohl da oben die miesen eierbeerbter sind ich bin einfach da so hin ich hab keine ahnung das ist ja nix die schatten sind einfach mega im weg wir halten die stelle wir halten die stelle wir halten die stelle und draufgegangen aber naja wir haben es ja hingekriegt hat sich also gelohnt oh ja 200 fleißig macht da noch einer mhm mhm ja dann würde ich sagen das wars wieder mal für die folge wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal wieder tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020